Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report, heute mit dem Thema Pennygold-Aktien verpassen Sie nicht die Ausbrüche. Ja, hier nochmal ein kurzes Rekapitulieren vom Artikel von Michael Oliver. Bei Kinggold News, den Artikel werde ich auch verlinken und so sinngemäß sagen, die historische Aufstellung in Gold, also der Goldmarkt ist dabei, Geschichte zu schreiben. In den letzten 50 Jahren hat Gold drei große Aufwärtsrand hervorgebracht und wir befinden sich jetzt in seinem vierten. Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Goldbollen in den letzten Jahren aufgegeben haben, die Goldbären das Gespräch und die Schadberichte dominiert haben. Tatsächlich ist, wie auch manche Kommentare bei mir im YouTube-Kanal, das ist ein ganz klassisches Zeichen, dass wir den Boden erreicht haben. Tatsache ist, wenn Gold seinen Höhepunkt erreicht hat, erreicht es eben seinen Höhepunkt. Das ist seine Geschichte. Wenn Gold einen Höchststand erreicht hat, bricht es von seinen übertriebenen Hochabworts. Wie gesagt, das ist eine schnelle Computertranslate-Übersetzung. Der Sinn ist einfach, wenn Gold jetzt seinen Peak erreicht, dann gibt es einfach erst mal fast eine lange Seitwärtsbewegung, Abwärtsbewegung und man muss eigentlich raus sein. So funktionieren diese Märkte einfach. Der Markt baut jahrelang an der Bodenbildung und dann bricht es eben aus. Und für den Michael Oliver ist, für den ist ganz wichtig, dieses Dreifach-Top sozusagen. Das ist noch niemals runtergegangen sozusagen. Also das deutet einen Mega-Ausbruch an. Und er meint eben, das ist sozusagen dieser vierte große Goldbollenmarkt seit 1971 sozusagen. Warten wir es ab. Das würde, und er ist ja auch in der These eher, das würde dafür sprechen, dass wir, sag ich mal, im nächsten guten Jahr oder zwei Jahren den Anstieg tatsächlich auf 8500 Dollar giehen. Das unterschreibe ich noch nicht ganz. Wir bleiben bei den allgemeinen Statisten, aber die mögen zu negativ sein. Der Michael Oliver hat jedenfalls nach eigenen Aussagen in seinen Videos auch gesagt, dass er 1980 das Top exakt vorhergesucht hat. Also da würde ich schon einiges Gewicht drauf legen. Und ich kann mir das auch vorstellen, weil wir wissen es natürlich nicht, wir haben keine Glaskügel. Jedenfalls dieses Dreifach-Top hier nach oben, das ist kein Zeichen, dass das ein Abverkauf ist, wie auch manche andere Kommentatoren, YouTube-Leute aus dem Finanzbereich auch sagen, dass jetzt hier nur Silber auf 16 geht und Gold nochmal abstürzt und so, das widerspricht den Charts total und auch der fundamentalen Namen. Nein, das bedeutet ein Mega-Anstieg vor. Also wenn wir Glück haben, gibt es sogar in den nächsten ein bis zwei Jahren vielleicht 8500 Gold, aber zumindest irgendwo jetzt der Anstieg auf 2400, 2005 oder als nächste Stufe läuft. Und Silber natürlich 40 bis 50 Dollar. Ja, ich möchte einfach nochmal aufzeigen, dass eben viele Aktien trotz immer noch schlechter Stimmung einfach den Boden gefunden haben und dabei sind, neue Hochs zu generieren. Also ich denke, das könnte so eine Aktie sein, das ist ein Projektgenerator, die haben sehr gutes Management aus Querbeck. Sie haben sehr viele hohe, gute, interessante Gebiete, eine sehr große Menge, 7900 Hektar und viele andere Projekte. Und Sie sehen auch, wenn Sie sich mal eine hier, das ist Langfristschad, wenn Sie sich einfach mal eine Tangente von hier hochziehen, Sie sehen, dass es einfach hier ständig aufwärts geht. Und das heißt für mich eigentlich, dass hier unmittelbar die Eruptionsladung bevorsteht, die dann sozusagen auch ein neues Alter in Bruchmeines aus meiner Sicht generieren könnte. Deswegen zeige ich Ihnen das. Das ist meine Meinung. Das ist vielleicht eine ganz interessante Situation. Wie gesagt, das Management ist von hoher Qualität. Das Gebiet hier zwischen Ontario und Querbeck ist auch 1A. Wie immer natürlich sind das trotzdem Gemble-Aktien, auch da kann alles passieren. Aber wenn eben dieser unterstützende Gold-Bull-Markt ist, dann wird das ein Feuerwerk bei diesen Art-Aktien. Wie immer natürlich keine Kaufempfehlung, aber ich wollte ihn einfach aufzahlen kann, was es meiner Meinung nach sehr Interessantes hier am Markt draußen noch gibt. Ja, das hatte ich jetzt schon mal erwähnt. Also es ist theoretisch eben möglich, dass jetzt Gold von 2.000 auf 8.500 Dollar steigt. Damals hatte man versucht, auch die Leute nochmal rauszuschmeißen, ganz ähnlich wie jetzt. Aber was kam? Es kam eben dieser größte Anstieg eigentlich aller Zeiten. Also Gold hat sich in dem mehr als vervielfacht. Und Gold-Aktien, eben diese bekannten Riesensummen, konnte man damit machen, hier auf 15, 20 Cent. Das stieg auf 10, 20, 30 Dollar, also auf 1.000 Dollar, konnte man 100, 200, 300.000 machen mit relativ vielen Aktien. Und heute sind eben die Gold-Aktien noch viel tiefer mit der Hilfe der Derivaten gedrückt haben. Das heißt, Gold muss auch gar nicht auf 8.500 Dollar steigen, um solche vergleichbare Gold-Aktien-Rallye auszulösen. Jedenfalls so würde ich mir das erklären. Also es braucht eigentlich nur 2.500 Gold und Silber um die 50, meines Erachtens, um schon eine volle Gold-Aktien-Rallye zu haben. Ja, das sind Beispiele von Gold-Rallyes, beziehungsweise Gold-Aktien-Rallyes. Und es zeigt sich eben auf, Gold kann überhaupt nicht mithalten mit Gold-Aktien. Wenn man das teilen kann mit den Gold-Aktien zu zerstörten Niveau, hier Anfang 2016, Dezember kaufen kann, dann in der Lage, das im Gold-Aktien-Rallye durchzuhalten, sehen Sie ja 10.000% Anstieg, Gold gerade mal 30% gestiegen, also 350 mal besseres Investment als Gold selbst. Genauso auch hier während der Corona-Krise. Gold mit Gold-Aktien konnte einen riesen Anstieg machen, das ist eben kein Langfristinvestment. Aber es ist eben deutlich besser als Gold. Umgekehrt und im Schluss heißt das, wenn man jetzt doch mal einige Unzen verkauft und in Gold-Aktien steckt, kann es sehr gut sein, dass sie, wenn die Gold-Aktien-Rallye in voll swing ist, es sind sechs Monate aus dieser Unze durchschnittlich 10 Unzen oder mehr gemacht. Damals in diesem Extremfall hätte man eine Unze Gold am Tief investiert und dann Gold-Aktien verkauft, also dafür Gold-Aktien gekauft, hätte man sagen und schreibe 79 Unzen, Extremfall. Aber in jedem Fall sollte man sein Unzen-Investment, das können Sie sich ja sozusagen denken, was Sie drin haben, für fünf, für zehn, vielleicht für zwanzigfachen aus meiner Sicht. Jedenfalls beweisen das diese Art Rallye. Ja, immer noch extreme Unterbewertungen. Hier die beiden Charts, einmal Gold-Aktien, Gold-Index, seit 1996 Bernmarkt, Boden eindeutig gefunden. Jede Sekunde kann dieser epochale Anstieg der Gold-Aktien erfolgen. Deswegen, das kann man nicht timen. Deswegen ist die Chance groß und nehmt auch hier das Bewertungs-Gap zwischen Senior- und Junior-Gold-Aktien. Auch das kann geschlossen werden. Hier wiegt es schon ein Beispiel im Jahr 2002, 2003. Und wenn die sich dann treffen, dann sind Gold-Aktien auch erstmal relativ uninteressant, denn das ist großes Geld gemacht worden. Ja, wir hatten 1970 den Gold-Aktien-Bull-Map optimal gespielt. Einfach verschiedene Penny-Gold-Aktien, auch gute Aktien, Top-Aktien, verschiedene Risikoschufen, jede Risikoneigung kaufen, beobachten, verteilen, nachkaufen, immer weitermachen, bis dann die Massen ins Gold und Silber reinlaufen. Sie müssen sich bewusst machen, 1980 waren 26 Prozent der weltweiten Anleger in Gold, heute sind es 0,5. Also da ist noch ein bisschen ein Stück, bis es hochgeht. Das kann man auch nicht timen. Kurzfristig, hatte ich ja gesagt, stehen wir auf 2,4, 2,5 und das führt zu einer Gold-Aktien-Rallye. Das sind nochmal ganz andere Dimensionen. Jedenfalls hätte man damals immer 50 Dollar, zum Beispiel verschiedene Gold-Aktien, dann hätte sich vielleicht als eine Gold-Aktie vielleicht durchaus eine Verhundertfachung ergeben können, wie wir viele Unternehmen aufgewiesen haben. Und dann natürlich hätte man das verkaufen müssen, wenn es wirklich heiß läuft, dieser Markt, und dann einfach die Asset-Klasse wechseln, zum Beispiel bürgerische HESAW, wäre gut gewesen. Weil eben dieser Gold-Boom, der hat im Grunde genommen die Basis auch drin gelegt, für einen inflationsfreien Wachstumsboom bei Aktien. Also das hängt zusammen. Also jetzt, damals wäre es richtig gewesen, von der Dynamik im Goldsektor zu profitieren und dann natürlich Top-Werte zu kaufen und die nächsten 20 Jahre einfach klassisch zu investieren. 50 Dollar, 1978 investiert, hätten 1999 eine Million gemacht. In dem Beispiel. Ja, Eignis 2, Eignis 3. Irgendwann werden die Gold-Aktien steigen, es wird Begehrlichkeiten wechseln. Also das Risiko steigt mit dem Anstieg der Gold-Aktien, ohne Zweifel. Politiker aus den Ländern, wo die Minen machen, könnten Probleme macht, verstaatlich und extra steuern. Aber auch unser eigenes Bankensystem ist zunehmend gerät in Schieflage, kann vielleicht nur noch mit Mühe bzw. viel Geld drucken etc. aufrechterhalten werden. Und auch da drohen systemische Risiken. Und wir müssen einfach zusehen, dass, weil wir glauben, Goldwechsel-Aktien-Anstieg relativ schnell läuft, die in sechs bis acht Monaten das sofort einfach raus aus dem System sind. Einfach nur, um es nur mal sicher zu gehen. Es ist keineswegs eine Aussage, dass es so kommen muss. Aber weil wir eben keine Kristallkubel warten, sind wir eher da ein bisschen übervorsichtig. Ja, Fazit. Das hatte ich auch schon gesagt. Man muss eigentlich die Dynamik, also anhand der Inflation profitieren, zum Beispiel am Anstieg von Gold-Aktien, Penny-Gold-Aktien. Und dann, wenn dieser Boom vorbei ist, reinvestieren in Top-Standard-Aktien. Das ist eigentlich alles. Also das heißt, man verteilt sein Geld, investiert in verschiedene Gold-Aktien, was extrem billig ist. Dann kommt dieser moderate Anstieg auf 2.500. Viele Gold-Aktien steigen in 10, 20, 30, 50-fache. Sie haben gute Gewinner dabei. Dann verkaufen sie das. Wenn da in sechs Monaten, sieben, acht Monaten, dann wird das reinvestiert, zum Beispiel noch mehr Gold und Silber kaufen, die dann langfristig auch noch um das Vierfache im Kaufkraft steigen könnten. Und wenn das dann passiert ist, diese Maximalwerten, 8.000 Dollar heutige Kaufkraft für Gold, Silber 300 Dollar, dann wissen sie, das ist ein Verkaufszeichen. Dann einfach klassisch wieder investieren, was auch immer vom Aktienmarkt übrig geblieben, Top-Fonds, Einkommen generieren in Assets überhaupt. Jedenfalls würden dann diese 200 Dollar, auf den Sinn vielleicht von circa 15 Jahren, wenn man diesen Asset-Klassenwechsel vollzogen hätte jeweils, würde man theoretisch eine Million Dollar heutige Kaufkraft generieren. Und das von dem Hintergrund, dass sie ja theoretisch jede Woche ein oder zwei Ereignisketten aufsetzen können. Und einige werden schon dabei sein, die dann ganz gut profitieren. Einige Mittel, vielleicht auch einige nicht. Wer weiß. Aber so setzen sie sich gegen vielerlei Risiko. Eigentlich gegen das Risiko ist es eigentlich die richtige Strategie. Einfach viele Möglichkeiten zulassen, die sich ergeben können. Ja, wir versuchen, diese Aktien zu identifizieren, nach hohen, moderaten, sehr hohen Risiko zu eröffnen, zu berechnen, das ganze Potenzialfaktor, wenn möglich ist. Im Portfoliovorschlag kann ich bei Interesse auch anfertigen. Finden Sie einfach da die Informationen unten im YouTube-Kanal. Ja, Gold und Silber, Einkaufsgemeinschaft für Sachwertes. Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silberkont einfach überweisen. Schon ist ein Zoll-Freilager in der Schweiz eingeladen. Genauso leicht ist der Verkauf. Und es gibt eine Mindestinvestitionssumme. Vielleicht in einer gewissen Situation interessant für Sie. Ja, Broker, nur als Beispiel. Fledex, Giro, könnte man in Deutschland handeln. Da kann man auf dem Stock Exchange und der Heimatbörse handeln. Swissquote ist halt ein Schweizer Broker. Aber den können Sie also auch nicht mit Nicht-Schweiz-Sitzend Depot dort anlegen. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt weitergefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben. Das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprung helfen. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.